willkommen zum neuen video von mountain blade 2 diesmal beschäftigen wir uns mit der suche nach den zehn adeligen die wir für die hauptquests brauchen dann habe ich ein bisschen vernachlässigt ich glaube in der hauptsache weiterkommen unterwegs natürlich kämpfen geld kassieren kohle machen blut an den klingen haben ein aber letztes mal gefunden war der prinz des norns hier prinz raga ward glaube ich dann das ist der nächste zu dem wir müssen und er wurde zuletzt gesehen von aromank die man auf karte behalten müssen ach du scheiße ja dann soll ich mal los unterwegs immer jeden kampf thema kriegen können ich hoffe es sind nicht allzu viele nein spaß ich will kämpfen 77 nahe wir schon los 72 gruppe da brauchte ich jetzt nicht wirklich mitmachen in seiner gruppe sind zwei leute gestorben einer bei mir ist einer gestorben bei mir ist nicht gut das nicht gut also das ist überhaupt nicht gut heute noch weiter so weit ist das gar nicht sieht nur so weit aus stufe 7 oder 7 stück stehe ich nicht so oder hingehen ist er immer noch da oder nicht zwei tagen in der nähe von aromank also noch angeblich 3 stück ist eigentlich auch ein lächerlicher kampf naja ich will mal gucken ob sich mein neuer held unter beweis stellen kann ich hoffe 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 das war keine ach guck mal da sind sie beide auf fährt beide wohnen 162 schaden direkten treffer im kopf und er war tot da die ich habe einen pfeil in der schultersteine keine pfeil schon oder wie alles gewonnen so viel kann es jetzt nicht geben da noch eine kleine gruppe war also einen gefangenen ein gefangen aber er kommt verkaufen und ausrüstung ein bisschen mann bisschen kann man gut verkaufen so direkt zum nächsten zwischen den wäldern sind die schnell aber auf normalen boden haben die echt keine chance als ob ich es banditen zulass sich mir anzuschließen ich bin bescheuert sehr könig läuft immer voran zack die rennen schon um die stunde verstehe ich nicht wenn ich so spiele steht keine aber sobald ich die automatisch kämpfen lasse geht immer einer drauf also macht für mich echt gar keinen sinn so angeblich ist er immer noch hier schau mal direkt die wahren verkaufen eigentlich nicht so aus so ist es ist schlechte schilder ist meiner kunst 200 ist jetzt nicht viel so angeblich ist er nicht hier das ist scheiße besitzer der gefangen genommen oder so erste zwei mission aber schnell dahin jetzt gerade gesichtet wurde ist er nicht allzu weit von mir entfernt der 188 jetzt lohnt sich unbedingt mehr kohle auch viel mehr kohle immer ich könnte glück haben ich könnte glück haben ich doch verarschen achte mal besitzer aber hier sind eisen 61 truppen plünder plünder jetzt gesehen heute nähe garland plünder gehen wir mal zur taverne mal hier im gefangenen verkaufen so handeln hatte ich nichts abbrechen arena will ich jetzt auch nicht da zum bewerk fried jetzt oder du musst an der gleichen stelle sein wie der charakter um mit ihnen zu sprechen Wie viele Gruppen hier sind? 115 Mann, 107 von 109, 170. Dann suchen wir den mal. Der müsste in der Stadt sein, ich hoffe, er trifft auch zu. Der erleichtert auf jeden Fall vieles. Wenn ich den jetzt schnell treffe, suche, finde und nicht erst. Jetzt zwei Minuten suche und dann ach der ist gar nicht mehr da. Aber dieses, dass ich immer noch nicht so rennen kann, der nervt mich immer noch. Der ist wahrscheinlich eh in der Taverne, Taverne oder Bergfried ist der auf jeden Fall. Schauen wir erst in der Taverne nach. Bergfried komme ich ja leider nicht so rein. So, ist er da? Du bist ein Böhr? Wie ist das aussehen? Scheiß Adeliger. Böhrer, 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 Böhrer. Bestimmt eh schon weg jetzt. Lösegeldvermittler. Äh, Haltung, das kriege ich aus Abteilung. Ich vermute, dass er noch einen Braunschweig nicht angefangen hat. Sie können es hier nicht. Äh. Mal. Ist er schon da weg? Mal. Mal. Also hier ist er schon mal nicht. Boah. Jetzt ist er auch eine riesenarmee. Oh, ein Schaden! Wieso kann der jetzt nicht hier sein? Hätte mich so vieles leichter gemacht. Man muss jetzt echt weiter suchen. Hätte so viel er recht hat. Doji, der graue Volke. So, der ist auch ein Bürger. Ich habe so ein Gefühl, der wird im Bergfried sein, aber ich bin pleite fast. Wenn ich jetzt noch 600 ausklicke, kann ich meinen Truppen nicht bezahlen. Und das wäre natürlich kacke. Und ein Führer, Bodyguard. Ich bin wieder weggegangen. Aha. Gut. Ich fahre hier auf dem Markt. Das ist irgendwo. Den habe ich gesehen. Ah, da sieht keiner so aus wie der. Ach, ist doch scheiße. Wahrscheinlich auch nicht laden aber weiter. Bauenladen. Brauerei. Arena. Release. Erdmission. Jetzt gehe ich in die Richtung, die lassen mich hier nicht rein. Halle des Lords. Tür ist verschlossen. Ich kacke ab. Das ist nur kacke einfach. Da muss ich halt echt Geld investieren. Immer wieder sinnlos rumgelaufen. Gebe ich ihm ein bisschen Kohle, dann lassen die mich vielleicht mit dem reden. Oh, der ist in der Arena. Das wäre halt jetzt natürlich, wenn der in der Arena wäre. Nein, der wird hier oben irgendwo sein. Der ist es nicht. Ähm. So, der war nicht. Das sind Soldaten normale. Hier ist auch nichts. Mein Gott. Hier sitzt einer. Und da ist er. So. Kannst du mir etwas über Dings erzählen? Dankeschön. Ähm. So. Dann haben wir den auch abgeschlossen. Können wir hier rausgehen. Oh. Dann müssen wir jetzt gleich ein bisschen Kohle verdienen. Ne. Entweder mal Mission. Aber guck mal. Hier war das sogar. Ähm. Einer zur Mission. Fangen wir den einmal. Wir müssen echt Geld verdienen. Ohne Moos nichts los. Also wir haben den. Wir haben den Prinz. So. Jetzt kann man sich noch einen Denator suchen und so. Bultern. So. Ähm. Räubern auf den Straßen. Deutlich verschlechter. Dann hat er eine Krawanne geplündert. Und jetzt weiter. So. Ähm. Ich werde einen Blätter haben. Sie haben kein Blätter mit Spänen höher als 50. Und Führung höher als 40. Okay. Ja. Wohin soll ich die Karawane jetzt führen? Weil ich bin ja so ein kleiner. Ich bin im Spiel ja auch ein Führer. Ich gucke für die Karawane. Oh. Oh. Ähm. Wollt ein paar Krieger. Ja. Oh mein Geld. Mein Geld. Mein schönes Geld. Ähm. Ähm. So. Ähm. An Händler aus. Garne. Was? Nix. Volumen. Von die. Nix. Ich kann mal eine Warte sich mit. An sichern. Ich habe es nicht zu übernehmen. Bis bis. Oh. Zwei Siedlungen. Muss ich besuchen. Jetzt ist auch egal welche. Oh. und erscheint nicht hier hin zu holen sie frage wat für dinges der will doch wahrscheinlich der will wahrscheinlich hier so keine ahnung irgendwelche die am arsch der welt sind wo ich dann kein geld verdienen der zeit und hier rein hast du in gesiedlung schon mal ja holy shit er geht auf mich los scheiße ich bin am arsch ich bin ich fürchte ich muss euch als mein fein betrachten die die geheimnisse wir sehen uns den schatten zu macht uns zu fein ihr werdet gedei eigentlich denke ich dass ihr haltet euch zurück vielleicht müssen wir uns nicht bekämpfen ich bin am arsch ihr habt meine aufmerksamkeit was habt ihr mir zu sagen was bräuchte dass ihr euren weg geht und ich das meine oje 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 ja was muss ich dem jetzt geben ach du scheiße was bietet ihr mir ach du scheiße ich hab kein gold echt ohne mist gewickelt hat hier wollen wir den planen hier zu verteilen meinst du da sind du und die meisten männer können mit ihrem leben reden aber so viel können verloren gehen das gepäckst musst du zuckers nennen oh die art und weise wie wir von feindheiten gefahren sind ich will keine Ahnung für bekommen nicht weglegen würden ach jetzt habe ich die übelste armee verloren ich habe ausrüstung verloren ich habe truppen verloren was ging es noch ok die beiden habe ich noch schön gold hatte ich sowieso nicht ja da habe ich ein paar verloren so kannst du das bitte besuchen ich brauche Geld ach guck mal bestimmt hier nach sargot und fertig ach jetzt muss ich schon ein bisschen Geld wieder ey das schlägt mir jetzt echt auf dem Magen dass ich die scheiße verloren habe finde ich jetzt auch richtig kacke vor allem ich habe fast gedacht ich habe fast gedacht ich habe eine größere armee eine viel größere armee okay er ist jetzt schon wieder gestorben mein gott alles nehme ich brauche kohle zack direkt zum nächsten Geld 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 so Angriff das Problem ist wie gerade schon wieder gesehen es stirbt immer einer ich verstehe nicht warum greift einfach direkt an ich verstehe ich nicht warum sofort einer stirbt und so kriege ich wenigstens noch ein bisschen Erfahrung alle gekillt ohne dass einer stirbt das ist wahrscheinlich echt mit Absicht in dem Spiel so gemacht von dort 25 Sekunden aber schon kack so und alles nehmen ach der ist gar nicht mehr da deswegen so warte jetzt komisch zack auf den nächsten ja ja soweit ich hier genug Geld habe also ich werde auch ich werde auch ich werde nach der Folge ein bisschen fahren glaube ich und ähm meine armee wieder vergrößt ja 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 und ja betroffener ja ja also betroffene wieder alle platt gemacht ich habe mich mit der lanze richtig getroffen gewonnen ist gewonnen und noch mehr gefangene ein paar sachen zum verkaufen den hole ich mir noch und danach verkaufe ich die ganzen sachen erst mal auf plätze fertig oh was 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 so ich habe Ach, stehen sie über Pferde? Zack, abgeknallt. Waren alle? Nein, breite andere. Oh, ich glaube, es sind zwei gestorben, aber ich weiß nicht, ja, schon wieder ein weiterentwickelter. Also, Bogen und Reiten, Zack, guckle mit, so muss er. Alles nehmen, weiter. Oh, das gibt Kohle. Die sind 1400 wert. Die nehme ich mir. Zack. Und jetzt eben verkaufen gehen. Ihr habt es gesehen, der hat es drauf angelegt, aber wir verkaufen. So. Taverne, Sklaven. Handeln. Zack, 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 zack. Das hier und das und das. Ach so, Silber. Ach ne, habe ich nicht verloren. Kaiserlicher Stürmer. Der gibt ein bisschen Kohle. Ich glaube, den kann eh keiner rein. Nur kriege ich wenigstens ein bisschen Geld. 1000 Euro. So. Ah, guck mal hier. Sperrträger oder Berserker? Aber das ist jetzt eine sehr gute Frage. Soll es echt lügen? Weiß auch nicht auf wen ich gehen soll. Ähm. Ja. Ähm. Oh Mann, jetzt wollen wir den Waldläufer. auf Jäger. So. Die mache ich auf Krieger. Ich mache hier auf Soldaten. Den Soldaten mache ich auf. Hm. Wird schon richtig gewesen sein. Hoffe ich mal. Ja. Hat es immer fetter Entschuldigung gefunden haben. Auf jeden Fall. Ja. 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 Sieht schon. Nice aus, ne? Wie sau. So. Fertig. Das war es schon wieder für heute. Ich hoffe euch hat es gefallen. Lasst mir ein Like da. Lasst mir ein Abo da. Und kommentiert wie immer fleißig. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich bin raus. Ich bin raus. Ich bin raus. Untertitelung des ZDF für funk, 2017